Hallo, ich bin Sophia Marie Kunert und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin jetzt neu auf YouTube, aber ich versuche jetzt, ja, mitzuhalten. Ich mache halt so Vlogs aus unserem Leben, wie heute mein Leben so abläuft, Hauls und Pranks. Und ich mache auch so Back- und Kochrezepte, tue ich einfach nur rein und mache so Challenges. Meine zwei Freundinnen, die sind jetzt heute leider nicht dabei, aber die werden vielleicht als Gast mal dabei sein. Und dann werden wir auch manchmal so lustige Challenges machen. Das weiß ich jetzt aber noch nicht genau, wann das ist. Ich mache heute auch noch ein Video, ja, später. Das stelle ich dann heute auch noch online. 25 Fakten über mich. Also den Tag, an dem ich mein YouTube-Video hochlade, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Es wird wahrscheinlich entweder unter der Woche sein und wahrscheinlich eher Nachmittag, da ich Schule habe. Aber den genauen Tag, den sage ich euch in einem anderen Video. Abonniert mich, wenn ihr es nicht getan habt und wenn ihr mehr aus meinem Leben wissen wollt und keine Videos mehr verpassen wollt. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und falls ihr noch was wissen wollt aus meinem Leben, dann schreibt es in die Kommentare. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.